Also ich habe die Videoeinstellungen der Insta360 S Pro auf Herz und Nieren geprüft, um dir in diesem Video zu zeigen, was meiner Meinung nach die besten Videoeinstellungen für unterschiedliche Szenarien sind. Gleich mal vorweg, ich habe nur zwei ganz einfache Einstellungen für dich. Also ist das meiner Meinung nach eine der besten Action Kameras, die es momentan auf dem Markt gibt. Hallo, mein Name ist Alex und ich mache Technik-Videos und Produkt-Reviews auf diesem Kanal und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn dir das Video gefällt, lass einen Like da. Ich habe wirklich die Kamera auf Herz und Nieren geprüft und in unterschiedlichen Szenarien, ob hell, dunkel, viele Leute, wenig Leute, viele Details, wenige Details, in schwachem Licht, auf Weihnachtsmärkten, im Auto, außerhalb vom Auto, mit viel Sonnenschein, wenig Sonnenschein, im Schatten, überall getestet und hier sind meine Einstellungen. Die erste Einstellung ist im normalen Videomodus, wenn es zum Beispiel draußen hell ist oder eben man nicht von schwachem Licht redet, dann verwende ich den normalen Videomodus, meistens im 4K, 25 Bilder pro Sekunde, mit der Stabilisierung auf Standard. Hier habe ich die Bildschärfe auf Mittel eingestellt, weil ich mir einfach denke, dass man eine Videoschärfe auch in der Postproduktion nachträglich hinzufügen kann. Nichts anderes macht ja die Insta360 S Pro in der Kamera selber auch. Ansonsten lasse ich die Kamera im Videomodus auf Auto. Als Farbprofil verwende ich hier Standard. Als Messmodus habe ich Gesichtspriorität eingestellt, damit das Gesicht einfach immer schön hell ist. Und auch der Weißabgleich ist auf Auto eingestellt. Das sind meine Einstellungen. Also man kann sagen, eigentlich 4K, 25 mit Schärfe auf Mittel, mit dem Stabilisator auf Standard und ansonsten ist alles auf Auto. Zum Nachtmodus. Da habe ich noch viel mehr Tests gemacht, weil ich irgendwie die Angewohnheit habe, hauptsächlich nachts zu filmen. Naja, tagsüber bin ich arbeiten. Deswegen bin ich meistens nachts unterwegs, wenn ich unterwegs bin. Es ist eine Actionkamera, das muss ich gleich vorweg sagen. Das heißt, die ist nicht ausgelegt darauf, wirklich dauernd nachts zu filmen. Die besten Bilder macht sie natürlich unterdags, wie jede andere Actionkamera auch. Der Vorteil an dieser Kamera ist der Pure Video Modus und den mag ich eigentlich sehr, weil der wendet nämlich ein EID Noise an, also eine Rauschunterdrückung mit KI gestützt, entfernt das Rauschen, was sehr leibernd ist. Egal, ob ich das jetzt komplett auf Auto habe oder die Verschlusszeit und den ISO selber einstelle, das D-Noise wird angewandt. Ich habe wirklich viel probiert. Und ich muss schon sagen, die Einstellung, mit der ich am meisten film, ist das stinknormale Pure Video Modus auf Auto. Das Einzige, was man beachten muss, ist, dass man einfach vorher auch diesen Schwachlichtstabilisierung, den man ein- und ausschalten kann, kontrolliert, ob der zum Beispiel dann eh an ist, weil aus irgendwelchen Gründen schaltet es sich ja manchmal ab. Ich würde dir aber empfehlen, wenn du viel in schwachen Lichtverhältnissen filmst, dann benutze den Pure Video Modus vollständig auf Auto, vergiss aber nicht, den Schwachlichtstab, wie er so heißt, anzuschalten. Das würde ich dir definitiv empfehlen. Auch hier kannst du die Videoschärfe auf Mittel lassen. Das muss ich schon sagen, je dunkel es ist, desto schwieriger tut sich die Kamera mit Details, vor allem mit beleuchteten Bäumen, Ästen und sowas. Aber ich meine, die Kamera hat einen kleinen Sensor und da tut sich jede Kamera schwer. Ich habe das auch mit meiner Osmo Pocket verglichen. Und die Osmo Pocket hat einen fast doppelt so großen Sensor und tut sich hier wesentlich einfacher. Aber das ist Thema für ein anderes Video. Das sind meine Einstellungen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn du anderer Meinung bist und andere Einstellungen hast, dann würde es mich freuen, wenn du unten in die Kommentare schreibst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du dem Video ein Like gibst und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keins meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.